Entschuldigung, aber Ihre Zähne sind in meinem Hals. Das, verehrte Zuschauer, war einmal der Untertitel unseres heutigen fantastischen Films, Tanz der Vampire. Eine Rarität unter den vielen internationalen Grusel- und Horrorfilmen. Anders als bei Josemarie's Baby, den wir Ihnen ja kürzlich in dieser Reihe zeigten, nahm sich der bekannte polnische Regisseur Roman Polanski 1966 eines klassischen Vampir-Filmstoffes an, um darauf eine turbulente Grusel-Komödie zu fertigen. Begleiten Sie also nun Roman Polanski und Sharon Tate sowie Ferdie Mayne zum Tanz der Vampire. Und nehmen Sie es nicht allzu ernst, wenn Graf Krolock gleich zum fröhlichen Beißen auffordert.